Ein fröhliches Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren mutigen Podcast von Sprachgut. In dieser Folge will ich dir etwas erzählen und dich inspirieren und dir das ein oder andere Bild geben, vielleicht sogar die eine oder andere Erkenntnis zu dem Thema schwierige Charaktere im Team. Ja, ich bin Sandra, ich bin die Inhaberin der Sprachgutakademie und seit vielen Jahren und Jahrzehnten ist das Thema menschliche Begegnungen, Beziehungen, Kommunikation eine Leidenschaft von mir. Nicht immer ganz freiwillig, aber heute gebe ich ganz viel von dem weiter, was ich einfach selbst in Führungsthemen, Teamthemen und auch so gesundheitliche Themen, psychische, emotionale, mentale Stabilität erlebt habe, an dich und euch weiter. Ja, und der Podcast ist einfach super, denn er steht jedem zur Verfügung und ich kann immer so von dem erzählen, was gerade aktuell ist und was der Zeitgeist so zu mir trägt. Und vor ein paar Wochen dachte ich, Mensch, es ist eigentlich genug geredet, so das Wissen um eine gute Kommunikation, das Wissen um einen guten Umgang miteinander, das haben wir ja alle. Und ich glaube, da brauchen wir im Moment gar nicht mehr. Was wir brauchen, ist die Fähigkeit und das Bewusstsein und die Bereitschaft, dieses Wissen auch wirklich füreinander anzuwenden und auch sich dabei immer wieder im Blick zu haben und zu wissen, ja, die Art, wie ich so denke und damit, wie ich mich auch fühle, das hat auch richtig dolle Fehlen mit mir und meinem eigenen Leben zu tun, mit meiner Immunkraft, mit meiner Zuversicht, mit meiner Lebensfreude. Und jetzt erzähle ich dir mal so ein paar Anekdoten aus meinem Trainerinnen-Dasein, Seminalleben und natürlich auch aus meinen eigenen Erinnerungen, wenn es um Menschen ging, die irgendwie einen schwierigen Charakter haben. Also zumindest sagen das dann ja manche. Was ist das denn und was soll das denn? Ich plädiere gerade für einen heftigen Mutausbruch für Teams und auch für Teamleads, also Führungskräfte, die einfach sagen, ich weiß nicht wie, aber so will ich es nicht weitermachen. Und irgendwie führt das auch immer in eine Sackgasse oder mit dem Fahrstuhl stimmungsmäßig und kräftemäßig nach unten. Ich brauche irgendwie eine andere Idee hier. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die in Teams arbeiten, die eigentlich ganz gerne da sind, die aber irgendwie sagen, die Stimmung ist so schlecht. Oder ja, es sind schon echt tolle Kollegen und Kolleginnen hier, aber es gibt halt auch welche, auf die könnte man gut verzichten. Und immer, wenn ich in Seminaren war und gesagt habe, okay, wo gibt es Fragen, wo gibt es Situationen, wo jemand sagt, da könnte ich mal Hilfe gebrauchen, kam eben ganz oft dieser Satz, ja gut, Sandra, das ist halt ein schwieriger Charakter. Also, naja, gut, Sandra, das ist halt, wenn du mein Team kennen würdest und die Leute da, das gibt es halt auch ein paar schwierige Charaktere. Und ja, gut, Sandra, der war schon immer so, oder die war schon immer so, das ist halt ein schwieriger Charakter. Und schon, wenn ich es dir hier erzähle und ich diese Szenen vor mir habe, hundert- und tausendfach gehört, hatte ich irgendwann einen Gedanken, der hieß, okay, okay, da gibt es wohl einen schwierigen Charakter. Ja, und jetzt? Denn es war immer so diese, wie so eine K.O.-Aussage. Ja gut, Sandra, da kannst du nichts machen. Also, da beißt du dir die Zähne aus. Also, da machst auch du nichts. Und das sind für mich Sichtweisen, Haltungen und Denkweisen, die nur eine einzige Wirkung haben, und zwar nach innen und nach außen. Passivität, Resignation, Frust, ein bisschen beleidigt sein, weil man findet den schwierigen Charakter natürlich selten sympathisch. Und es ist immer so ein Fingerzeigen nach außen und damit von mir weg. Das bedeutet absolutes Opfereinverständnis. Ja, also, ich kann da nichts machen. Ich bin ja auch nur ein Rädchen, ein kleines Rädchen natürlich. Also, ein sehr unscheinbares, nichtssagendes Rädchen in diesem großen Hamsterrad hier. Ich kann da nichts machen. Ich kann da auch nichts dazu. Und das ist für ein Team, das für Power steht, für, hey, jetzt erst recht, also, das geht gar nicht. Je mehr Menschen in Teams sind, die sagen, nö, also, das Problem ist draußen und das Problem ist der oder die, umso weniger werdet ihr auf Lösungen kommen. Solange ein Team, ein Feindbild braucht, werdet ihr eins finden. Ihr werdet immer etwas oder jemanden finden, der dran schuld ist, warum ihr gerade keine, weiß ich nicht, Vorwärtsbewegung hinbekommt oder was euch halt runterzieht. Mal sind das Ressourcen, mal sind das Menschen, mal sind das Titel, mal sind das Hierarchien, mal sind das die komischen Leute aus der neuen Generation. Also, es gibt immer irgendwas und möglicherweise ist da ja auch was dran. Die Frage ist, was bringt es dir und deinem Team? Was ist ein schwieriger Charakter? Ein schwieriger Charakter sind Menschen, die entweder ihre Emotionen dominieren lassen, ein schwieriger Charakter ist jemand, der was völlig anders sieht als ich, vielleicht auch drauf beharrt, ein schwieriger Charakter ist jemand, oft was Dominantes, ein schwieriger Charakter ist einer, der sagt, mich ändert keiner mehr, also, wenn jemand ein Problem mit mir hat, der soll sagen, also, das sind so scheinbar uneinsichtige Menschen, manchmal sagt man auch, ja, Sandra, die sind also beratungsresistent, dann sage ich mal, was ist das denn, beratungsresistent? Das gibt es für mich gar nicht, aber die Konstellation, die Energie, der Spirit, in dem diese Menschen mit ihrem scheinbar schwierigen Charakter unterwegs sind, das ist das, was mich interessiert. Wenn jemand 20 Jahre schon in einem Team ist und seit 20 Jahren sozusagen sein Spiel spielen darf, dann ist nicht der Mensch der schwierige Mensch, sondern das Umfeld hat es ihm einfach ermöglicht, immer das zu machen, was er alleine für richtig empfindet oder sieht. Und wenn es da keine Grenzen gibt und keine, ja, Reflexion, auch mal ein Stopp oder irgendwas, wo man sagt, nö, an der Stelle kommst du bei uns im Team nicht weiter, ja, dann wird der natürlich immer weitermachen. Und wenn du einem in Anführungszeichen schwierigen Charakter nach 20 Jahren sagst, so, jetzt spielen wir hier ein anderes Spiel, wird der zu Recht sagen, hä, wie bitte? Ne, also das war hier immer so und mich, ich ändere mich nicht, weil der ja glaubt, dass er richtig ist. Er ist ja seit 20 Jahren hier so unterwegs. Was ist denn das Problem an einem schwierigen Charakter? Dass wir nicht einer Meinung sind, nein, sondern dass jemand eine Kraft, eine Energie, die jemand mitbringt, durchsetzt. Und zwar mal ohne Rücksicht auf Verluste, mal ohne zu fragen, mal weil er sagt, so bin ich halt, oder mal weil ich mich nicht traue, mich zu positionieren. Also gibt es ganz viele Gründe. Für mich ganz persönlich gibt es überhaupt keine schwierigen Charaktere mehr. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich auch ein schwieriger Charakter für jemand war. Heute weiß ich das, damals natürlich nicht, weil man macht es immer nur so gut, wie man kann. Ich war aber in einem Umfeld, in dem ich die Menschen also wahrscheinlich total überfordert habe mit dem, was ich da so mitgebracht habe. Und ich war noch gar nicht in der Lage, auch nicht in dem Bewusstsein, dass ich meine Kräfte, meine Energie, meine Ideen, mein anders hingucken, anders denken, mein anders rangehen schon so lenken und dosieren konnte, dass das für mein Umfeld, also die Menschen, mit denen ich halt gearbeitet habe damals, überhaupt erträglich, verdaulich und auch sinnvoll war. Ich habe alles rausgeprettert, was mir da so in den Sinn gekommen ist. Und ja, so im Nachhinein, ich habe da schon auch gelitten, weil ich wurde natürlich entsprechend auch ausgegrenzt und nicht so sympathisch beäugt. War oft eine junge Frau, die im Zentrum von Gerüchteküchen stand. Und ach, ich weiß auch nicht, ich habe das immer auch alles viel zu spät mitbekommen. Ich war so beschäftigt mit mir und habe erst viel, viel später gelernt oder erkannt, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin. Es geht halt nicht nur um mich, sondern es geht darum, für sich einstehen zu können, die eigenen Kräfte lenken zu können, auch eigene Emotionen lenken zu können und die zu verbinden mit den Kräften der anderen im Team. Bedeutet aber, dass alle im Team sich im Klaren darüber sind, dass sie eine eigene Kraft haben, dass sie eine eigene Charakterkraft haben, eine eigene Charakterstärke. So, und jetzt ist es interessant herauszufinden, was ist das denn, eine Charakterstärke? Wie definiert sich denn ein Team? Wer bringt denn was für eine Charakterstärke mit? Und dann kann es sein, dass da ganz andere Themen entstehen und ganz andere Diskussionen und ein Austausch, der plötzlich Sinn macht für die Arbeit. Wenn ich jemanden habe, der in seiner Kraft eher ein bisschen laut und poltrig ist und vielleicht auch ein bisschen eckiger und kantiger, dann ist das nicht gut oder schlecht, sondern das ist eine Qualität. Und je nachdem, in welchem beruflichen Feld ihr arbeitet, kann man das durchaus mal gut gebrauchen. Wenn es mal ein bisschen hitziger wird, wenn es darum geht, kritisch hinzugucken, wenn es darum geht, mal Grenzen zu setzen und sich was zu trauen, mal auf die Bühne zu gehen und sich zu zeigen und zu positionieren, sind diese Menschen oft super. Wenn jemand sehr empathisch ist, sehr feinfühlig, sehr feinsinnig, das sind bestimmt nicht die, die zuerst auf die Bühne stürmen. Und doch bringen sie eine sehr, sehr wichtige Kraft mit, nämlich die subtilen, die feinen Schwingungen aufzunehmen, einen Gedanken, der noch so gar nicht wirklich spruchreif ist, schon mal anzuteasern und zu sagen, hey, ich weiß auch nicht, so mein Gefühl sagt mir, dafür drehen ja andere schon die Augen, aber das ist auch eine Kraft. Dann gibt es die Menschen, die sehr kreativ sind und das Chaos lieben und es gibt die Menschen, die finden Chaos schrecklich, die können gar nicht anfangen zu arbeiten, aber beides ist eine Kraft, die Ordnung zu lieben und im Chaos klar zu kommen. Es gibt Menschen, die schaffen gern die Ordnung, die können das auch und die kommen mit dem Chaos nicht klar. Aber was wäre denn, wenn die Chaoten, sage ich jetzt mal, und die Ordnungsliebenden ihre Kräfte zusammenlegen und sagen, in welchem Projekt brauchen wir denn was, wann im Tagesablauf brauchen wir denn das, wann brauchen wir die Ordnung und wann ist Chaos auch mal in Ordnung. Immer wenn es um einen Neubeginn geht, um mal durchputzen, mal aufräumen, mal aussortieren, entsteht Chaos sowieso. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen sowohl sich in der Ordnung zurechtfinden, als auch im Chaos. Auch wenn es manchmal ein bisschen Überwindung kostet. Was ist Authentizität? Authentizität ist das, was du in deiner Komfortzone an dir kennst, schätzt und magst. Mehr nicht. Was du außerhalb deiner Komfortzone erlebst, denkst, machst, gut findest, wie auch immer, das ist etwas, da gewöhnst du dich erstmal dran. Dein Gehirn braucht ja einen Moment, um zu sagen, okay, das passt, das integriere ich in mein Dasein. Diese Qualität integriere ich in meinen Teamspirit, in meine Arbeit, in meine Schaffenskraft, in meine Selbstwirksamkeit. Und es fühlt sich nicht gleich authentisch an. Aber wenn es Sinn macht und was Größeres Ganzes entstehen lässt, ja, dann gewöhnst du dich auch daran und irgendwann sagst du, ja, ja, das war mir lange auch ein bisschen fremd, aber inzwischen finde ich es richtig gut. Das machst du nur, wenn du einen Erfolg hast. Wenn es Sinn für dich macht. Charakterstarke Menschen werden oft als schwierigen Charakter von den Menschen bezeichnet, die ihre Kraft noch gar nicht leben. Das sind die, die sich immer anpassen. Das sind auch die, die sich raushalten. Das sind die, die im richtigen Moment, am richtigen Ort selten was sagen, aber an anderer Stelle sehr viel zu sagen haben. Sie sagen viel, sie reden viel, na, sie reden viel und ehrlich gesagt haben sie nicht viel zu sagen. Also für mich sind charakterstarke Menschen, ein Team von schwierigen Charakteren, glaube ich, wird die Kräfte ganz anders zusammenlegen und die werden aufhören, ihre Kräfte zu messen, weil sie es nicht mehr müssen. Weil das, was sie können, in Anerkennung und in Wertschätzung kommt, man hört sie, man sieht sie und man kämpft nicht mehr mit ihnen. Und wenn jeder was kann und jeder dem anderen den Erfolg gönnen würde, zum Thema Neid, da habe ich ja schon gesprochen, dann werden plötzlich Menschen mit dem schwierigen Charakter handzahm, weil sie müssen sich nicht mehr dauernd verteidigen, sie bekommen aber auch mal eine Grenze. Und wenn das für alle so ist, dann macht es dem auch nichts. Und ich frage dich wirklich ernsthaft, Wer bist denn du? Hast du einen Charakter? Also ich gehe mal davon aus. Und jetzt überleg mal, bist du ein schwieriger Charakter? Von dir selber würdest du es vielleicht nicht sagen. Vielleicht ahnst du es manchmal. Aber was sagen denn andere Menschen von dir? In welchen Teams hast du denn schon gearbeitet? Wo bist du gut angekommen? Wo bist du vielleicht überhaupt nicht gut angekommen? Und was passiert dann? Wie muss man sich denn beweisen? Darf ich überhaupt meine Stärken ausleben? Oder muss ich mich erstmal so lange anpassen, bis jemand sagt, na gut, jetzt sind wir mit dir einverstanden. Du bist fast geworden wie wir. Herzlich willkommen in unserem Team. Oder lebt ein Team vielleicht gerade davon, dass Menschen die Dinge anders sehen? Je bunter, umso besser. Je unterschiedlicher, umso erfolgreicher. Aber nur, wenn die Menschen ihre Kräfte schon lenken können. Ich finde schwierige Charaktere, in Anführungszeichen, viel leichter handelbar, weil der legt seine Kraft auf den Tisch. Der haut die mir vielleicht auch mal um die Ohren. Aber damit kann ich wenigstens was machen. Und ich kann damit auch etwas in Bewegung bringen. Das ist mir lieber, wie wenn ich eine Energie nicht fassen kann, wenn die mir immer so durch die Finger rennt und man nie so weiß, hä, was ist denn jetzt? Lieber ein paar Ecken und Kanten und die schleifen lassen, miteinander schleifen wie einen Diamanten. Vielleicht sind es ja gerade die Reibungen, die diesen Diamanten in einem Menschen mit einem scheinbar schwierigen Charakter zum Schleifen bringen. Kann man so den Diamanten schleifen und erkennen, vielleicht sind es die Momente, die wir vielleicht nicht immer alle lieben. Aber es sind die Chancen zu wachsen und sich zu entwickeln und diese innere Kraft, diese innere Einzigartigkeit zum Vorschein zu bringen, zum Ausdruck zu bringen, in was einfließen zu lassen, was alle miteinander erschaffen wollen. Ja, spannende Fragen. Also, wenn du deinen Charakter beschreiben würdest, wie würdest du das wohl machen? Und dann nimmst du eine gute Freundin oder einen guten Freund und lässt den mal deinen Charakter beschreiben. Und dann nimmst du jemanden, der dich nicht ausstehen kann und du lässt ihn deinen Charakter beschreiben. Und dann leg mal die drei Sachen nebeneinander. Ich glaube, am Ende kann es eine gute Mischung sein. Wichtig ist, wir sind nie fertig. Wir sind nie fertig. Wir sind alle mit einem wunderbaren Potenzial auf die Welt gekommen, mit sehr eigenen Talenten, Stärken, Kräften und Energien. Und die spannende Frage ist, welche Kanäle findest du, wo du sie reinlenken kannst und wo sie blühen dürfen, aufblühen und zum Strahlen kommen dürfen. Und was sind das für Menschen, die deine Kraft ertragen oder sogar lieben? Und bist du in der Lage, auch die Kraft eines anderen Menschen zu ertragen und zu lieben zugunsten von etwas Größerem, Gemeinsamem? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017